so herzlich willkommen zu einem neuen video ets 2 und zwar fahren wir heute mal eine kleine fahrt nach bern aber ich möchte gerne einen anhänger haben ja der ist besser und zwar eine fahrt nach bern also die schweiz darüber sind bis 300 kilometer heute das geht eigentlich klar und ich glaube es ist auch relativ viel landstraße dabei bzw schweizer tunnel und darauf habe ich jetzt schon keinen bock weil tun bedeutet bei mir so viel wie ich fahre dauernd an und schaden so ich habe jetzt erstmal natürlich in der letzten folge sogar noch gezeigt den lkw repariert wir sollen immer nach 46 ankommen was man eigentlich bei der letzten tour schon ankommen sollten aber sieht gut aus es scheint alles autobahn zu sein natürlich nicht okay aber das geht immer noch wenn ich irgendwo zwei mausten ok die und gehe ich lieber wo sonst teuer das geht auf alle fälle noch muss ich mal sagen also auf nach bern ich will jetzt mal genf sagen weil ich erst geguckt hat aufs natur nach genf gibt ja aber werden was nächste weil ich wollte meine kleinere folge und ist ja folge 20 also nur 290 kilometer wir sollen 6 40 ankommen wir sollten meiner letzten tour eigentlich schon bis 6 uhr brauchen naja wir brauchen halt nicht ganz so lange wie andere lkw ist es halt so ganz 2 uhr wir haben vier stunden aufgeholt auf gut ich habe 480 kilometer und ja man kann gas geben man muss nicht ja ausgeklärt auf die landstraße finde ich eigentlich ganz gut als wenn ich erst so lange der autobahn habe weil da habe ich dann so im gefühl einfach mal so von 170 180 zu fahren ich weiß nicht was die fracht eigentlich wie das interessiert mich gerade wenn ich jetzt hier die taste treffe ok wird die tour auch nie abgebrochen mit 20 tonnen äpfel sind weil ich die falsche taste treffe wenn ich die aufnahme das bin ich so geil aber naja kann passieren so 46 immer noch wie gesagt wir versuchen es aufzuholen das 300 kilometer ich sag mal 5 uhr wenn es schlecht läuft kann durchaus eher gut ist relativ viel anstoß das nachhaltig sagt 5 uhr ist realistisch kurz vor 5 sollte man noch schaffen auf der erststrecke hoffe ich denke ich mache ich ganz einfach und das ist jetzt waren sie mittlerweile ja ich weiß gar nicht wie lange ich das hin erziehe dieses letzte ich denke mal warum nicht 50 folgen also 50 folge sind sehr realistisch denke ich mal ich meine es wird ähnlich so gut gesehen aber ich mache es spaß an der freude als wegen klicks weil die meisten videos ETS haben so fünf bis zehn aufrufe ja wurden die gut gesehen weil er gibt was er gesendet 40 50 aufrufen so wie aus es geht mir nicht um klicks es geht mir Spaß an der freunde um eure kommentare um eure bewertungen auch für die folgen gut findet oder nicht und wenn ihr sagt die folgen sind geil macht doch bitte mehr dann zeigt mir doch mal mit einer positiven bewertung ist genau die fracht hat geht dann so ich habe jetzt mal eine schnelle speichern geladen weil das passiert mir echt selten dass der rkw das ist mehr in den gesamten 20 folgen das erste mal passiert wo ich mir gerade so dachte okay ich fahre mit 180 uniko passiert nichts fein mit 60 um die kohle fliegt da um ja kann passieren ist doch schon etwas strange eindeutig aber soll nicht weiter schlimm sein ist mehr eigentlich egal und wieder 600 euro einkommen von georg naja ich habe die schon gesehen deswegen abgeblendet ich bin ein vorbildlicher lkw fahrer der zwar wieder 130 auf der landstraße fährt aber sonst normal und das geht dann schon la 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 wir schaffen es doch ich habe das Gefühl es gibt gleich wiederum weh ich speichere schon die kurve mittlerweile eine schnelle speichern die echte funktion ich habe sie auf der namen bett null taste und ich muss echt sagen gerade wenn du denkst du hast deinen unfall drückst 2 3 millisekunden vorher lässt neu 0 prozent schaden wunderbar das ist so gut und du bist einfach wirklich immer auf dieser passen also gerade wo ich sie gelegt habe die namen bett in der fast ist das gerade du drückst die triffst du immer das ist das gute schlimmer ist dass du hast eine taste die immer trifft was weiß ich wenn ich zum beispiel auf jt legen wurde die wohl nie treffen die taste noch schlimmer auf ellen dort ist ja die tue die folgen vorsicht jetzt bin ich auf eine falsche taste gekommen mit dem sap gold gedrückt das passiert manchmal das ist das lustige das ist unsere backen geht es das ist einfach mal seine sicht wechselt es macht definitiv sehr viel spaß gerade wenn nur Prozent grobe wörst und da wechselt einfach nur die sicht wenn jetzt den unfall bauber die pro wirren vor der verbinden auch verbundenen augen von külpte aber wir haben schon die hälfte gesellschaft und wir haben einen einkopfer minus 170 euro von georg geile früher hat man angezeigt für was das war wenn er 17 euro hatte für reparation und spritten müsste es sein ich sage früher hat angezeigt noch vor der woche hts der lkw hat schauen dass in die schulung klar was die fracht hat schauen der lkw ist mir egal der kurs nicht so viel und auch 150 gm kann es nicht so teuer wenn ich weiß gar nicht was kriegen wir 8000 hatte ich glaube so in erinnerung 888 499 schöner preis wir müssen auch eine dreifachstunde aufholen aber wir sind jetzt auf der autobahn das heißt das geht definitiv sehr sehr flott und schon der erste tunnel ich habe gesagt ich hasse tunnel und ich hasse sie immer noch weil wenn du hier einer kante falsch fährst kann es sein dass du einfach mal aus der kontrolle gerät oder hier gegen so eine bande das macht definitiv spaß gerade bei meinen geschwindigkeiten ja da hast du dann meistens auch ganz schnell 20% schaden so warum fährst du auf meiner spur dann fahr bitte meine geschwindigkeit ich stehe voll auf die eisen und da kommt kaum zum stehen das ist genauso schlimm ich könnte jetzt recht überholen aber ich mach's nicht weil ich weiß genau der zieht rüber sagt mein gefühl sag ich ja so jetzt kann man schon überholen ach ist das furchtbar jetzt mal wenn du denkst du crashst leider denkst du dir auch so du wusstest es vorher ist ganz oft so die situation du denkst du hast ein autofahrer überholt rechts und dann zieht rüber oder überholst links und dann zieht links rüber du denkst du erst mal das habe ich mir da gerade so gedacht okay es ist mittlerweile 4 Uhr und wir müssen echt aufholen das sollte man aber eigentlich schaffen ich glaube ich schaffe die kurve das ist die andere Sache gerade ja sieht gut aus das sieht doch echt gut aus so die kurve will ich mir schon weniger sicher vor allem wenn du dann in der kurve noch ein auto hast wo du denkst das könnte gleich rüber ziehen du fährst so paranoid geht gar nicht ist richtig furchtbar manchmal aber man gewinnt sich dran definitiv und schon wieder so ein scheiß schweizer Tunnel ach die können nicht aus der Tunnel bauen das ist so also es war jetzt kein Hate gegen die Schweizer sondern ich meine jetzt bei ETS du kriegst kaum Aufträge in die Schweiz und dann fährst du nur durch Tunnel und Tunnel sind so ich glaube der Unfallschwerpunkt Nummer 1 in ETS neben Kurven und Kurven sind definitiv tödlich wir haben kein Schaden gut haben noch 5 Stunden Zeit wir schaffen es 5 Uhr 1 angeblich wir sind vorher da Entschuldigung also ich sagte meine Vermutung in 5 Uhr stimmt da ganz gut finde ich gut dass ich auch mal recht habe so dann überhole ich jetzt schnell noch ich hoffe ich schaffe die Kurve das wäre nicht so gut wenn ich es nicht schaffe aber sieht gut aus sind ja bloß 150 und dann fahren wir hier raus genau wir gehen schon mal ein bisschen auf die Eisen denn ich vermute dass der Bus hier vorne auch gleich rausfährt ich habe so Angst dass er im letzten Moment rüber zieht ich glaube es ist sogar eine der schwersten Frachten die Welt transportiert nur 20 Tonnen oder der Fler mal öfters das sind die eigentliche das ist auch spiel auf alle Fälle bleibt drüben ich speichere schon zwei mal weiß man sie sehen können so bern du bleib drüben boah ich denke mir die ganze Zeit eh dann zieht sie eh dann zieht sie gleich rüber ich denke mir das die ganze Zeit aber ich hoffe es passiert nicht es wäre nicht so geil erster Aufenthalt mit Bernhard ich bin das erste Mal in der Schweiz ich glaube war ich früher in EDS jeweils in der Schweiz da geht's ich wollte sogar fast sagen nein unwichtiger kleiner Fleck nein Spaß ich musste noch schnell überholen meine nächste Ampel muss ich rechts und wenn der Bus Gas gibt schaffe ich es ich habe es geschafft ich dachte mir so gib endlich Gas Junge ich muss den noch überholen und er gibt kein Gas und gibt kein Gas und gibt kein Gas furchtbar gut dann haben wir die Fracht jetzt auch erfolgreich abgeliefert sogar diesmal ohne Schaden ich sag's immer nicht so laut weil gleich crash bin dann ein Auto rein ich sehe es da schon kommen gut dann liefern wir die Fracht jetzt ab erfolgreich und dann sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge ETS 2 wieder bis dahin viel Spaß mit Marcel bist du